Hallo meine Freunde, ich gebe jetzt an einem Menschen eine Million, weil wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin ein Hacker. Bist du dir hier? Okay, ein paar Millionen. Wir treffen uns jetzt wo und zwar, wie wär's bei der Bank? Weißt du wo die Bank ist? Ich bin, vielleicht siehst du mich. Wie heißt du, wie heißt du eigentlich? Commander Sven. Ah, weil ich warte hier jetzt bei, auf dich in der Bank drin. Weißt wo die Bank ist? Okay, aber du such auf der Karte das Kino. Gut. Weil beim Kino kann ich hier das Geld hacken, weil es gibt so einen Trick, weil es beim Kino ist. Sonst geht es eben nicht, wenn es nicht beim Kino ist. Ich bin jetzt schon hier beim Kino angekommen. Weil sonst kann ich... In Rosantos Customs, okay. Bist du dort? Okay, ich auch. Dann muss ich wohl einen anderen Glitch machen. Weil es gibt so einen bestimmten, wo beim Kino ist, aber dann gibt es auch noch ein paar andere. Ich kann auch einen Glitch machen zum Auto-Stewnen. Aber genau nur als Tipp, ich kann nicht plötzlich eine Million machen. Ich kann einfach Geldsäcke aus dir rausregnen lassen. Du bist da, okay? Ich bin noch nicht ganz da, weil ich fahre. Ich fahre einfach. Ich könnte mich eigentlich auch hin spawnen, aber auf das habe ich keinen Bock. So. Warte. Ich bin falsch. So, ja hier. Ich bin der hier. Bist du den? Okay. Stell dich mal auf mein Auto rauf. Hier. Drauf. Warte. Oh. 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 005. I'm sorry. Stop Sp spider-inox-voаете. Ehr und Testfl retrouverer Estoy weg. Tschüss meine Freunde, wir haben ihn jetzt gekillt. Tschüss meine Freunde, wir haben ihn Jetzt gekillt. Und ja, das war nur eine Verarschung. Ciao.